herzlich willkommen zum neuen video hier vom kanal henn 96 ja heute gibt es eine kleine vorschau plus kaderanalyse zum ersten heimspiel für hannover 96 in der saison 21 22 hansa rostock ist der nächste gegner für unsere roten für unsere mannschaft für meine lieblingsmannschaft von hannover 96 ja kommen wir gleich schnell zur kaderanalyse die mache ich heute mal ein schneller und in einem nicht gesonderten video in einem video mit der ausstellung und mit dem tipp gestern hatte ich einfach keine zeit und ehrlich gesagt auch kaum internet um das video hochzuladen heute ist das internet ein bisschen besser auch nicht wirklich viel ja kommen wir dann zum letzten spiel eine kurze rückschau sage ich jetzt mal erster spiel hannover 68 hannover quatsch hanser rostock gegen karl zu 1 zu 3 verloren obwohl hanser rostock laut zimmermann die bessere mannschaft war lange zahlt und k2 hat dann einfach die tore gemacht also das hat nicht viel zu sagen erster spiel hier sehen wir noch mal die aufstellung trainer ist jens herze kann man sich schon mal merken und sonst zum kader tor haben wir drei spieler glatte kolke und voll wobei im ersten spiel kolke gespielt hat der ist auch gleich der kapitän in verteidigung schärf rostbach meist neidhardt sehen wir hier genau dann haben wir noch wagen mellon meister meister neidhardt riedel rizuto rostbach sandberg dann im mittelfeld haben wir bahn behrens den kennt man hallo behrens farrono polido ingelsson littker lürmans röben martens omladic an ex braunschweiger rein roter schärf schulz schumacher und tobias schwede bester scorer ist ein punkt mit damian rostbach und ein tor mit john verhoog den kommen wir jetzt zum sturm nämlich zum baskal breyer haben wir da stridi mamba und rich munzi die letzten spiele sind wie folgt die nächsten spiele sehen wie folgt aus nur 96 heidenheim heidenheim im pokal auch noch mal das ist ja was dresden werder bremen darmstadt nürnberg schalke letzter spiel doch wie gesagt gegen karlsruhe besonders auffällig wie eben schon gesagt die zwei spiele gegen heidenheim einmal im pokal einmal in der liga einmal heim und einmal auswärts ja das ist glück beziehungslos glück beziehungsweise lospech kann man auch so sehen ja jetzt kann man zu meiner ausstellung von 96 heute mal ein bisschen schneller ziel am tor ist klar eine sehr solide leistung sehr gute leistung kann man ruhig sagen absolviert wie fast das komplette team ich habe insgesamt nur eine umstellung sehen wir gleich vierer kette von links nach rechts die gleiche wie gegen bremen holt verletz franke moroja hat sich bewährt mittelfeldposition kaiser ernst auch gesetzt für mich kaiser bin ich mir immer noch unsicher kommt bestimmt der neuzugang dahin rechts der erste wechsel meiner für stolze war meiner mehr nach der einwechsel besser gefeindert und stolzer auf erzählen sebastian kerk der mir auch einigermaßen gut gefeindert hat aber auch bestimmt noch nuft nach oben mussten ja einen landenschuss spielt auf jeden fall und durchschirmsturm war sowieso einer der besten auf dem platz bin ich der beste ja was gibt es da noch zu sagen im prinzip nicht viel ich gehe davon aus dass an ofer 96 der klare favorit sein wird ich gehe davon aus dass an ofer 96 das spiel mit 2 zu 0 gewinnen wird tor schützen marvin duksch und sebastian kerk einmal und ich denke mal dass kerk gute freistöße schießen wird und gute ecken schießen wird nämlich ein freistöss tor von sebastian kerk und ein ein konter haben den konter nicht ist mir auch egal auf jeden fall ein tor von marvin duksch ist mir auch egal wie er es macht von mir aus auf ihren lupfer ich glaube auf dem 2 0 ich hoffe es wird ein erstes richtig gutes heimspiel mit 14.000 zuschauern aus hannover finde ich richtig gut dass wieder zuschauer zugelassen sind finde ich gut bis dann schönen tag noch also für mich kurz zusammengefasst hannover der klare favorit 2 0 für die roten aufstellung fast so wie letztes mal nur meiner für stolze auf jeden fall darf man rostock darf man nicht unterschätzen rostock ist ein ambitionierter zweitliga aussteiger gerade in hannover das wird ein sehr spannendes und wichtiges spiel auch für die moral für hans ja rostock nach der ersten niederlage wollen sie nicht die zweite gleich einstecken für 96 natürlich für mich eigentlich ein erster pflicht in anführungszeichen sieg ich hoffe mal dass was gewinnen ich bin sehr optimistisch ich kann das spiel leider nicht schauen da ich noch im urlaub bin und woanders bin nur nicht zu hause bis dann schönen tag noch schönen abend schöne woche job